Verena Kehrt und Marc Terrenzi, Wende, Freund enthüllt Details über Prügelskandal in Hamburg Marc Terrenzi und Verena Kehrt, überraschende Wende im Prügelskandal? Es war der Skandal rund um Verena Kehrt, 43, und Marc Terrenzi, 46, letzten August verbrachten das Ex-Paar einen feuchtfröhlichen Abend in Hamburg. Besuchten unter anderem die Kultkneipe zur Ritze. Doch im Anschluss soll es in dem Hotel der George im Stadtteil St. Georg zu einem Eklat zwischen den beiden gekommen sein. Unter Alkohol-Einfluss sei ein Streit eskaliert. Von Prügel-Verwürfen war die Rede, die Polizei rückte an. Damals lächelten Verena und Marc die Schlagzeilen weg. Doch vom Tisch ist das Thema offenbar auch nach einem Jahr noch nicht. Wie die Bild nämlich jetzt berichtet. Seien nun erneut Zeugen in dem Fall vernommen worden. Verenas bester Freund Steve es enthüllt Details, nochmal mache ich das nicht mit. Laut der Zeitung hätte die Polizei damals Anzeige gegen Marc Terrenzi und Verena Kehrt wegen vorsätzlicher Körperverletzung erstattet. Mittlerweile soll die Staatsanwaltschaft Hamburg das Verfahren nach § 170 Absatz 2 Strafprozessordnung kein hinreichender Tatverdacht gegen die Blondine eingestellt haben, jedoch nicht gegen den Sänger, angeblich sollen ihn Zeugen belastet haben. Hamburgs Oberstaatsanwältin Liddy Öchtering soll der Zeitung in dem Fall erklärt haben, die Ermittlungen in diesem Verfahren werden derzeit abgeschlossen. Es mussten Zeugen vernommen und nach Ermittlungen durchgeführt werden, weshalb die Ermittlungen insgesamt etwas mehr Zeit gekostet haben. Zeitnah soll entschieden werden, ob Anklage erhoben wird. Einer der vernommenen Zeugen soll dabei Verena Kehrts bester Freund, der DJ Steve es, 36 sein, mit dem sie vor wenigen Wochen auch auf Mallorca urlaubte. Er behauptet über die skandalreiche Prügel-Nacht. Ich musste vor vier Wochen zu Polizeiwache und wurde noch einmal ausführlich vernommen, weil der Staatsanwalt gegen Marc wegen Körperverletzung ermittelt. Verena hatte mich damals angerufen, ich bin zum Hotel hingefahren. Die Polizei war schon vor Ort, Marc wurde verhaftet. Ich durfte zu Verena ins Zimmer. Der 36-Jährige sei froh, dass sich Verena und Marc mittlerweile getrennt haben, ich bin froh, dass das vorbei ist und hoffe, dass die beiden in Zukunft nicht noch einmal zusammenfinden werden. Nochmal mache ich das nicht mit. Ein Liebes-Comeback scheint derzeit aber wohl ausgeschlossen. Verena erhob zuletzt öffentlich Vorwürfe gegen den 46-Jährigen und forderte unter anderem Geld von ihm. Nach Versöhnung klang das nicht unbedingt. Doch was sagt die Blondine zu den aktuellen Neuigkeiten rund um die Skandal-Nacht in Hamburg? Das Kapitel ist für mich durch, soll sie der Zeitung gesagt haben. Marc Terencey soll eine Anfrage unbeantwortet gelassen haben. Verwendete Quellen, Bild Verwendet 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 Verwendet